Ich war gerade auf dem AWS-Sammelt unterwegs und habe am IBM-Stand den Simon Sint von IBM getroffen. Hallo Simon! Hallo, freut mich! Was erwartest du dir vom heutigen Tage? Du, genauso wie auch gestern erwarte ich mir super gute Gespräche mit Partnern und natürlich auch den AWS-Modegen. Sehr schön! IBM und AWS liegen jetzt ja so richtig los, das sehen wir mehr darüber. Nun, es ist sehr, sehr spannend, gerade auch seit den letzten Jahren, wo wir die Partnerschaften noch offiziell hinaus haben, arbeiten wir sehr eng zusammen. Gerade im Hinblick, was das Thema AI angeht, jetzt das Thema GenGPT beispielsweise, das ist in aller Munde. Wir sind mit die Vorreiter, was das Thema angeht und gemeinsam mit AWS auf der Plattform möchten wir natürlich Produkte natürlich auch an alle Kunden, die auf der AWS-Plattform schon sind, verkaufen und die Möglichkeit geben. Was ganz besonders spannend ist, nächste Woche ist unsere Think in Orlando. Da gibt es wirklich Neuigkeiten, was das Thema AI for Business angeht. Also am besten dranbleiben und die Think verfolgen. Ja, das Thema IBM und AWS klingt super spannend. Ich denke, das sollten wir auf jeden Fall dranbleiben. Bleibt dabei! Bis dahin!